Hey Leute, es wird mal wieder allerhöchste Zeit für ein Skat-Analyse-Video und diese schöne Partie ist mir am Sonntag bei der Mannschaftsmeisterschaft des Landesverbandes 2 Schleswig-Holstein-Hamburg in Oldenbüttel wurde gespielt, über den Weg gelaufen. Ich saß konkret nicht in Mittelhand, sondern in Hinterhand und was an diesem Spiel und an dem Verlauf spannend und interessant war, das schauen wir uns gleich an. Vorher möchte ich aber kurz die Gelegenheit nutzen, euch meinen neuen Kooperationspartner genauer vorzustellen. Da oben seht ihr ihn schon, Holy Energy. Das ist ein frisches Team aus Berlin, gibt es erst seit einem Jahr und die haben sich auf die Fahnen geschrieben, einen besseren, gesünderen, leckereren, energetischeren Energydrink zu entwickeln. Und ich würde sagen, das ist ihnen schon mal gelungen. Das Zeug ist richtig gut, das Zeug ist richtig lecker. Ich, der ich sonst überhaupt keinen Kaffee trinke, freue mich jetzt darüber, dass ich gerade für so lange Skat-Tage diese extra Portion Konzentration mit auf den Weg kriege. So sieht hier also die große Box aus, aber ich kann euch auch empfehlen, holt euch erstmal die Probier-Variante, vier verschiedene Geschmackssorten. Ich packe euch den Link unten rein und ihr bekommt auch noch von mir einen Gutscheincode oben drauf. Da bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Dann ist das Ganze ein echtes Schnäppchen, um euch das mal auszuprobieren. Ich kann es euch wirklich empfehlen. So, kommen wir jetzt aber zu der Partie. Mittelhand muss ein bisschen was tun. Hat 18 gesagt, wahrscheinlich nicht mal besonders doll gefunden und naja, die Ausgangskarte ist so ein bisschen durchwachsen. Einerseits 6 Trumpfen, mit dem Ass zu dritt und einer 10 zu drücken. Ja, ganz okay. Andererseits kein Zugbauer, Mittelhand, kein Stück Karo gedrückt. Das heißt, in Karo sind sehr viele Karten unterwegs. In 7 natürlich ganz genau. Also schon irgendwie die Gefahr erkennbar, dass hier ein bisschen eine Kürze eintritt und dass möglicherweise nicht mal dieser Stich in Kreuz hochgespielt werden kann. Ja, und die Frage, wie drückt man den? Okay, ganz verwegen. Der kommt vielleicht auf den Gedanken, Kreuz-Dame-Lusche zu drücken. Aber naja, kannst du das wirklich machen? Sehr wahrscheinlich kommt Klein Karo auf den Tisch und dann bist du doch verraten und verkauft. Klar, du kannst dann auch die Peak-Lusche so asynchron abschmeißen, aber auch riskant. Also sehr wahrscheinlich ist es schon die richtige Idee, hier Peak-10-Lusche zu drücken und dann mal zu schauen, was passiert. So ist es auch geschehen und es kam auf den Tisch tatsächlich Peak-Ass. So, Alleinspieler muss bedienen. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen grummelig, dass er sich tatsächlich entschieden hat, die Peak-10 zu drücken. Von mir hinten die Peak-Dame. Dann kam Peak-König, gestochen mit dem Trumpf-König. Ist natürlich wirklich nicht der erhoffte Verlauf für den Alleinspieler. Andererseits sitzt es wirklich glatt und artig. Ich muss den zweiten Peak auch noch bedienen. Also Peak-Stand 2-2, alle Piken sind raus. Umso ärgerlicher für den Alleinspieler, dass er nicht Kreuz-Dame-Acht gedrückt hat. Dann wäre es ein leichter Sieg gewesen. So, einmal Trumpf raus von mir. Trumpf 10 von meinem Partner Herz Bube. Und jetzt liegt vor dem Alleinspieler die Karo 7. Ja, aufgeflogen würde ich sagen. Und sind das jetzt gute Nachrichten oder sind das schlechte Nachrichten? Wie sollte der Alleinspieler fortsetzen? Was sollte er tun, euer Auftritt? Tada! Also, abwerfen hilft nicht wirklich. Einstechen ist hier schon die richtige Idee. Ansonsten wird hinten ein Voller rausgenommen und dann ist immer noch ein Kreuzstich obsolet. Die Frage ist aber, was passiert jetzt? Und jetzt haben wir hier tatsächlich überraschenderweise eine Sieg-Konstellation für den Alleinspieler. Und er könnte sogar noch ganz nonchalant Kreuz von unten spielen. Den Zug würde ich mal so als Walter van Stegen Gedächtniszug hier wieder betiteln. Obwohl der Walter natürlich noch unter den lebenden weilt. Aber der hat ja auch immer so diese Coolness, das Ding jetzt noch von unten zu spielen. Ich glaube, üblich wäre zu spielen jetzt Kreuz Ass und dann Kreuz unten raus. Denn man muss ja sowieso auf Kreuz 2-2 jetzt gehen. Also, wenn Kreuz Ass gespielt wird, würde übrigens nur Lusche-Lusche fallen. Kreuz raus, 10 und König fallen. Danach können die Gegner nicht mit dir Trumpf spielen, denn dann würden sie dir die Kreuzdame hochspielen. Sie würden dich also wieder zum Stechen in Karo bringen. Beim nächsten Stich kriegst du womöglich immer noch die letzte Karo-Lusche und den König. Das ist noch nicht viel, aber dann kommt der Clou, kannst du eben Trumpf raus schubsen und würdest das Spiel gewinnen, wenn danach kein Trumpfabzug erfolgt. Und das wäre nicht erfolgt, denn ich habe hier den Kreuz Buben. Und so ist es tatsächlich jetzt im Spiel weitergegangen. Herz 9 vom Alleinspieler, von mir der Kreuz Bube und von meinem Partner die Trumpf Lusche. Stehen wir jetzt viel schlechter als eben, wenn wir nicht Kreuz oben unten spielen? Interessanterweise schon. Es kam von mir Karo König und mein Partner hat den sogar nicht mal mit der Dame beschwert. Der hat da nur die 9 gelegt. Also jetzt ist natürlich Abwurf die beste Option auf nur 4 Augen. Und als nächstes kam jetzt tatsächlich Karo 10, Karo Dame. Da hat der Alleinspieler natürlich gesagt, Schnapperchen, den nehme ich. Und jetzt natürlich die Chance gewittert, Trumpf rausschieben und mit der Kreuz Dame oder mit Kreuz Ass Dame irgendwie die Kreuz 10 jagen. Und ich stand jetzt tatsächlich noch auf diesem Endspiel und mein Partner hatte noch den letzten Trumpf und die einfach bestellte Kreuz 10. Und das ist jetzt die interessante Endspielkonstellation aus Gegenspielersicht, die auch nicht so oft auftritt, aber die dann präzise gehandhabt werden muss. Und wenn ich wie 10.000 das Karo Aster reinknistere, dann fällt am Ende die Kreuz 10 zwangsläufig an den Alleinspieler und der gewinnt. Der steht übrigens jetzt auf 45. Wenn ich den Kreuz König reinknistere, dann kriegt der Alleinspieler sogar beide Reststiche und gewinnt. Ich muss also tatsächlich, und so fit war ich dann auch, dank Holy Energy, Hier die Kreuz 7 fallen lassen, mir den König blank stellen, diesen Schutzkönig und das ist jetzt quasi die Attacke und die einzige Variante, wie ich unsere Kreuz 10 beschütze. Jetzt kommt Kreuz 9 und der Alleinspieler kann eben nicht mehr an die 10 ran. Er windet sich hier so ein bisschen, hat die 45 gezählt, hat es richtig gemacht. Er geht jetzt mit dem Ass rauf und hofft, dass ich vielleicht dusseligerweise mir die Kreuz 10 blank gestellt habe als Bluff, was ja auch noch eine Variante gewesen wäre. Allerdings hätte ich dann natürlich besser das Kreuz Ass durchgeladen und einfach mit den 13 Augen den Sack zugemacht. So schnappt er also hier nur den König und muss gegen unsere 36 Augen liegen am Ende noch diesen Stich abgeben. Und es senkt sich mal wieder das Ball genau auf 60 Augen. 60 Augen, ja man ist doch verflucht. Einfach Pik 10 oben halten. Ja und trotz alledem dusselig, wie das Spiel losging, gab es im Mittelspiel die Siegmöglichkeit. Hättet ihr sie gesehen? Habt ihr sie sofort gesehen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch an der Stelle jetzt ein schönes Wochenende, vielleicht auch ein schönes Skat-Wochenende. Bis bald. Und damit wünsche ich euch an der Stelle.